So, weiter geht's mit Wreckfest. Da hast du Bock drauf. Ich guck mal, ob ich ein bisschen upgraden kann. Ich will ein bisschen Robustheit mit reinkommen. Aber pass mal auf, ich kenne das Auto. Das Auto ist aber schon wieder herzhaft. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Der Fahrzeug ist nicht zugelassen. Das Geilste ist, wenn du irgendwas tunen willst. Das Fahrzeug ist nicht zugelassen. Du darfst es nicht fahren. Naja. So, starten wir den Tag rein. Ich mach mal ein bisschen auf die Fresse wieder. So, Moment. Ach Gott, da steht mein Bus noch drin. Na gut. Demoliere drei Gegner. Ja, das ist das Ziel. Boah, ich stehe die mit dem Scheiß Bulls da noch drin. Weißt du, was... Naja, wird schon schwierig genug werden. Ich wünsche schwierig genug werden. Aber in diesem vorbe Vielfalt ist das zu machen. Okay. So. Oh, die Geschwindigkeit ist halt nur zu hoch angezeigt, wenn ihr dich zurücksetzt. Okay. Jetzt geht die, glaube ich, rein um die eigenen Punktzahl. Schau, ich habe den Bus gerade komplett gedreht. Leider nicht der Erster, nur noch Zweiter. Jetzt will man mal ein bisschen... Ja, scheiße, da habe ich mich gerne mitgenommen. Ich habe noch zwei Minuten und ich habe noch einmal einen irgendwie zerstört. Ich habe noch drei Minuten. Das ist gut, ich mache noch zwei Minuten und ich habe noch zwei Minuten. So, ich habe noch drei Minuten. Der komische weise Bus hat nicht 10.4 noch. Ich bin nur noch 4. Ich habe noch gar kein Auto zerstört, das ist im Konten. Wir haben noch eine Minute. Jawoll, endlich mal eine! Das ist nicht ganz unwichtig gewesen gerade. Der hat auch noch alles an dem, weil ich noch 15 habe. Den habe ich nicht gekriegt. Das ist so gut. Dritter. Wahrscheinlich. Dritter am Ende. Also, momentan mit den Gräbigkeiten erfolgreich. Ja, Vorauswahlung, Fehlschlag. Demolierquote. 15.0, Alter. Der fährt nur scheiß Bus. Natürlich hat er eine extrem hohe Quote. Die Dinger, gegen die Dinger kannst du auch nichts anrichten. Ich will auch einen Schulbus haben. Dann kann ich auch mal mehr Gegner zerstören. Ich habe dieser Möhre da, ey. Der hat ja gar nichts auf die Reihe. Oh Gottchen, ey. Was fällt dann heute wieder ab, ey? Okay, einen fahren wir noch. Na, gar nichts, ne? Fahren wir heute an die Harvester vom Hell. So, darf ich jetzt mal... Oh, ich dachte mal einen Dings fahren. Fahr mal rein, komm. Scheiß drauf. Deathmatch Derby. Ach, schon wieder auf die... Schon wieder auf die Fresse, ey? Uiuiui. So, da gehen wir rein ins Race. Auch hier geht es wieder an jetzt. Darum wahrscheinlich genug Zeit zu zerstören. Drei Gegner zu zerstören. Neue Arrivale Diablo. Wo ist mein Diablo? Wo ist mein Diablo? Wo ist mein Diablo? Ich glaube, ich bin jetzt nicht immer schön schaden. Da ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Ja. Da ist mein Diablo. Ja. Da ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Ja. Da ist mein Diablo. Das ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Da ist mein Diablo. Ja. ziel erreicht ich hab zieler reiht aber ich habe auch noch mal ich habe auch gar nichts mehr ich habe noch ein leben oder das war ich aber ich habe das Ding gewonnen ach deswegen darf er deswegen durfte der Neustart in dem vollen Leben wenn er die Herausforderung ich bin der erste momentan noch, ich habe drei Autos drauf, drei Meldrescher zerlegt da haben wir wieder vier wir sind jetzt erster wieder, wenn ich mal wieder ein erster Platz, das wäre schön ich hasse das, wenn ich mir dann noch den Platz abstauben ich glaube aber, dass wir gewonnen haben ich hoffe, wir haben es geschafft, wir haben 4 zu 1 und haben eine gute Demonstrierquote oh Gott sei Dank endlich mal wieder ein erfolgreiches Erlebnis, mein Gott hol doch mal Zeit das muss man nicht nur auf die Fresse kriegen, sondern auch einfach mal was reißen wir haben jetzt auch den Meldrescher freigeschaltet, den wir schon mal hatten gegen den wir schon mal gefahren sind, die haben wir noch nicht gehabt so, uns fehlen nicht mehr so viele Punkte, da haben wir noch ein paar zu fahren, aber kriegen wir schon mal ein so, da haben wir noch schön, ist das noch mal erledigt, das noch mal erledigt wir sind eh durch für heute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall